Ja hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zum neuen Part Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Wir müssen jetzt mit Unoki kämpfen und ja es wird ein Epic Battle Auf geht's Kampfbeginn gegen Madara Ushia Gegen den reanimierten Madara Ushia wohlgemerkt Oh man das wird böse Yeah Tsuchikage mit Naruto Gaara gegen Madara Oh man das wird hart Das wird mega hart Komm her verschwinde Oh man das wird schwer Übel Gut wir sind gut im Kurs hier Schön So euch beiden mal gleich einsetzen Na Madara was ist los Ich dachte du wärst so stark Die haben doch alle Schiss vor dir Na guck mal hier der alte Mann kann dich sogar besiegen Was geht mit dir Komm schon Ey Soja nicht Komm schon geh weg Verdammt Oh ist der stark Sollte man nicht unterschätzen Oh man Okay 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 Angreifen Nein Wie hat er das denn gemacht Dammit Komm schon eine Ulti muss da noch gehen Ja Oder halt der normale Angriff Ist ja egal So Ich kann keine Ulti so machen Okay Also ich kann nicht in den Modus rein Aber wir haben es geschafft Sehr schön So Gib ihm den Rest Matara ist Geschichte Haha Dank dem Tsuchikage Sehr schön Sehr schön So Haben wir es also geschafft Das war es Haha Wo Das wache Das ist die fancy Ich kann mich W arterial Das ist Wander Keiner Das ist Das ist Ich kann mich Ich kann das Ich kann mich Was denn das ist entrepreneur Wie Ich kann mich Ich kann mich ich kann mich Ich such Ich kann mich Das ist jetzt, was du? Was ist das? Das ist das ... ... das ... ... das ... ... ... ... Das ist ein Gehirn! Der Gehirn ist ein Gehirn! Ooooo! Ich werde noch etwas... Ich werde noch etwas... Geile Sache Opa, muss ich auch mal sagen, wer hätte das gedacht, dass er doch so stark es nicht schlecht. Was ist der Mann, warum er sich selbst als Mada-Ra gegründet hat? Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn da? Der Vögel ist ein Wunschluss im Vögel. Der Wögel ist der Wögel. Was ist das? Wie ist das? Das ist das Wunschluss. Das ist das Wunschluss. Der Wunschluss, der Wunschluss ist das. Ich bin! Ich bin der Wunschluss. Ich habe ein bisschen考え. Gehenma der Gehenma ist hier. Gehenma ist hier. Gehenma ist hier. Das ist für ihn zu移動. Gehenma und Gehenma sind gleich zusammen. Aber dann... Gehenma ist das. Ich werde das hier benutzen. Das ist das? Das ist das? Das ist das? Lai Kage, Hohkage, Hohkage zu denken. Das ist das, was ich zu tun. Ja, ich bin der Ange, Hohkage zu machen. Ich bin der Ange, Hohkage zu machen. Lai Kage! Das ist der Ange, Hohkage zu machen. Das ist der Ange, Hohkage zu machen. Das war das, Hohkage zu machen. Das ist das, was ich. Ja, ich weiß, dass es noch ein Leben gibt. Der Boden und der Boden sind sehr kalt. Wie ist es? Ich möchte, was es etwas zu wissen. Der Körper ist heiß. Das war's für mich. Ich bin der Schrauch. Es ist noch ein Schrauch. Die Kyuubi ist noch nicht verletzend. Das ist für ein Schrauch. Hier ist es genau da. Die Kyuubi ist in dem Hintergrund der Kyuubi. Aber bitte bemerke mich. Sie sehen, dass es nicht so gut ist. Das war's für heute. Der Mann ist nicht so gut. Wenn du dich anst, wenn du dich anst, dann kannst du dich anst. Geh! Entstanden! Du kannst du dich anst. Du kannst du dich anst. Geh! 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 UNTERTITELUNG Es ist schon ein Geheimnis. Naruto, das ist schon gut. Ich werde das später machen. Oh Gott, du hast auch schon... Ich bin endlich für mich. Ich bin bereit für mich. Ich will noch ein bisschen versuchen, aber... Es ist nicht so schwierig, Hohenki-Yo. Das war das Leben. Das ist das Wichtigste? Es geht darum, dass die Welt nicht weitergehen muss. Wenn man sich in der Tuck-Yomi-Konferen will, ist es gut. Es geht darum, dass du bist. Für dich, für mich und für die Zukunft. Du kannst dich hier verletzen. Ja, das stimmt. Du kannst dich noch spielen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe es bereitgestellt. Ich kann es trotzdem lange sein. Aber hier, wenn ich es so, wenn ich es so, dass 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 ich es so, Das war's für mich. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich muss das nicht! Na... Warum? Diese Krieg ist nicht nur für dich zu retten. Wir werden alle die Kriege retten. Nara! Ich bin hier, hier! Das war's für heute. Das war der Erste an der Aufwärtsamen Töne, der schnobb ist ein, der sich ein einst geworden ist. Das ist, dass der Erste nicht mehr schnobb, wenn man sich dann noch verändert hat, würde man sich dann ändern. Das ist, dass der Mordbappen, mir die Bumppchen sich verletzt. Das ist, dass der Mordbappen, die Bumppchen zu übernommen wird. Das ist der Fall. Ich werde diese Rede von dir in deinem Gehirn geben. Kassel! Liedächern Kapitel 9, der Kampf der Karge. Fertig. Oh Mann, Leute, jetzt wird's hart. Wir nähern uns dem Grande Finale von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate In The Storm 3. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Neimitiertes Wettkirken. Du bist vor dem Pain, ja immer versucht. Genau. Woh-Era, der vaisch Colonel und Kachura. Der ist explode! Du bist so. Die neuen Kampfpartner werden untertitelt. Wirprechen versuchen, dieses Juces zu verlassen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ich hier bin, können wir es nicht mehr so schaffen. Und ich werde nur in der Welt信じt. Du bist so ein Team, alle. Wenn ich mich, dass ich mich, wenn 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 ich mich. Entschuldigung, Sakura-chan. Ich bin schon fertig. Ich bin schon bereit. Nalut? Du, warum hier? Es ist entscheidend, was ich mit uns zu kämpfen? Aber diese Kriege ist für Nalut-kun. Das ist das, was ich? Ich bin nur ein Leben. Ich bin nicht nur ein Leben. Wenn wir alle zusammen mit uns zu tun, dann bin ich zu tun. Nalut? Du bist! Ich bin nur ein Leben. Ich bin nur ein Leben. Ich bin nur ein Leben. Ich bin alle, wir gehen! 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 Der letzte Mal. Der Weg zu der Ereinheit. Das ist das, was das? Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Schalinen und Rinnene, wenn Sie diese 2 Worte nutzen können, Sie können Sie mit dem Kassel-Kunnen-Kunnen-Kunnen-Kunnen-Kunnen-Kunnen-Kunnen-Kunnen-Kunnen-Kunnen. Ich kann mich nicht mehr überraschend sein, dass Sie nicht mehr die Gefühle, die Sie nicht mehr tun können. Sie können Sie nicht mehr überraschend sein. Das war's für mich. Das ist, dass der Kage nur mit vielen, 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 vielen Menschen. Was ist das? Ich weiß nicht, dass der Kage nicht in der Kage standen ist. Der Kage ist, dass der Kage nicht in den Kage sind. Der Kage ist, dass der Kage nicht verletzt. Der Fall ist nicht verraten! Wie man sich die Stimme ist, wie man sich die Stimme stöhnen kann, wie man sich das Schmerzen aufhören kann! Das ist nicht mein Schmerzen! Das ist der Schmerzen des Schmerzes für den Schmerzen! Das ist mein Schmerzen des Schmerzes! Uchiha Madara! Wir sind der Schmerzen! oh man leute die fünf kage gegen madara uchiha das wird ein epic battle meine lieben freunde das wird überragend leute dieses große finale wird so der hammer okay allerdings wie das hier weiter geht das sehen wir es in der nächsten folge wenn es wieder heißt let's play naruto shippuden ultimate ninja storm 3 ich hoffe ihr hattet sehr viel spaß an diesem part bis dann euer let's play egamer